Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, ViagraSkill. Wie man hört, bin ich leider alleine. Aber egal, wir spielen jetzt Beinahe auf Isaac, War of the Lamb, was ich mir auf dem Tisch gekauft habe. Voll cool so. Bin voll schlecht, zeig ich euch mal. Statt, voll schlecht. So, wir starten mal einfach mal. Machen die Witten an, nehmen wir Isaac. Noch nicht, Isaac ist toll. So viel zum Spiel brauche ich eigentlich nicht erklären, das müsste bis jetzt eigentlich jeder kennen. Aber hier ist die Steuerung, Schießen, ja. Alles ist ganz simpel eigentlich, voll simpel. Oh mein Gott, eine Fliege. Oh mein Gott. Er ist tot. Vierde Gott. Und ich glaube, ich werde kurze Zeit sterben, weil ich es voll drauf hab. Ich hoffe, wir überleben meinen ersten Tod, oder meinen zweiten, werde ich auch neu dran wenden. Das ist voll cool. Ihr seht ja, wie lange das Video ist. Ich hoffe, wie lange ich überlebt habe. Ähm, Maus. Danke, Maus. Was für ein Bild war. Das finde ich geil von dir. Maus ist jetzt voll böse und gefährlich hier. So glücklich bin ich auch gerade so alleine. Das ist voll interessant. Ja, Töte mich doch. Und... Eigentlich ist das was Fail aus. Wir laufen ja eigentlich nicht mit solche Räume durch. Aber es sieht aus, als würde der Eiszeit einfach mal auf den Boden liegen und über den Boden rutschen. Weil er das drauf hat. Und die Fliegen machen das Gleiche. Ne, die Fliegen. Ach, egal. Das ist eines der netten Goldräume und das Holz nicht aufschließen. So von mir habe ich ein Schlüsselschweig. Jetzt bin ich jetzt traurig. Ah, der Minenhelm. Dachte, der zeigt uns uns die Geheimtüren, Reimräume. Gucken wir mal, wann er ist. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was da erzählen soll, wenn ich alleine bin? Oh mein Gott. Irgendwie ist hier nix. Verarschen? Aber egal. Da-da-da-da. Ich habe noch mal endlich ein Aufladenprogramm gefunden. Fantasia habe ich mir auch gekauft. Mal alles gekauft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Mensch. Oh mein Gott. Na! Na, was macht es heute noch? Ist er öfters hier? Nein, er ist so schnell nicht öfters hier. Er mag mich nicht. Warum? Weil ich mal Elm aufkopke? Ich hab betreut, jetzt hab ich keinen tatsächlichen Hintergrund auf. Jetzt kann ich nicht sehen, wie lange ich ihn aufnehmen muss. Daaaah. Ich kann es versuchen, mal so hinzupacken, dass er das nicht seht und ich es aber nicht. Ich muss ihn sehen. Ich nehme, glaub ich, nur 15 Minuten erstmal auf, dass er jetzt rechts hochladen kann. Also, wenn er das jetzt ist, ist diese Vorstellung vor 10 Minuten, dann ist das aufgenommen worden. Voll lustig. Ich hoffe, wir nehmen auch weiter hin. Also, ich investieren ja am Wochenende zu Glaser auf. Ich hab jetzt schon über Skype geschrieben, das soll ich mit mir aufnehmen. Ich hab Bock zum Zocken. Ich hoffe, Krantyzer lässt Terra zu. Ich bin schon Terra-traum. Ja, Terra-traum. Auf dem monatliche Bezahlung was Blöderes. Mein Geld. Ich sterb jetzt mal. Danke. Tschüss. Mal. Voll. Ich bin jetzt halt so eisig, kommen jetzt halt nur in Räume und alles und jetzt gar nicht. Ich will mich jetzt verarscht. Ja, ein Schlüssel. Mein Nickel. Kann das einen tollen Verarschen befreuen, ne? Man tut sich weh. Ich hab gehört, wenn man davon zwei, glaub ich, davon zwei so wehtut und dann die Mutter kippt, kriegt man einen langen Charakter. Aber ich weiß jetzt gerade das aber auch gar nicht genau. Aleka! Bäh! 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 Warte, ich wollte gerade Tage nicht hinterher laufen. Oh ja, ich hab's gesehen. Habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr mal definitiv übersehen. So. Das wird aus eurem Gehirn jetzt gelöscht. Danke. Das löschen. Ähm. Ja. Probier'n Schlüssel. Ich wollt' heut' noch leben. microwecken. Trackie Ballchen. Neeeee! Besonders Schieß im Feuer H involved. Ja, ok Da feil'n Feiler, dass man ja schießen kann! Bei하면 das Spur von auldbergineft. Der Feilerhh im Bogen beste lovese. Auf sn it! Awww! Danke! Verde- narrator wellere, ins Freund. Fullラ before, bis dem? Awww! Oh, maaa! Jaa, okay, ich kann nicht so speuern. Fürs gut, jaaa. Ey, das ist echt so fail. Okay. Ein Rauch. Wird als Falsch kriegen. Was tue ich? Mit Pfannen nehmen wir das Brat. Wiege. Danke. Yay! Ich mach Hacke kaputt. Das hab ich hier live auch gemacht. Äh, nein. Ach Gott. Ähm, ja. Oh mein Gott, geh weg! Ja, leck doch, ruckel doch mal. Ruckel doch mal. Danke schön fürs Ruckeln. Gut. Was war das nicht? Nein, das war der Le... Nee, das war der Le... Nee, das ist der Le... Nee, das ist... Mom's Ei. Und... Mom's Ei. Tiersa! Yay! Tiersa! Hm, nehmen die mit, nehmen die mit, nehmen die mit? Ja, nehmen die mit. Natürlich nehm ich sie was mit. Cool. Bomben. Bomben. Schlagen Bomben. Oh. Das wäre jetzt gut, irgendwie mit. Book of Rivalation! Ich... Ich... Das macht... Ich brauche mal einen Silberherz und davon werden wir hier kurz ein Reiter. Weil dauerlich kriegt man einen Mietklu... Komm. Ähm, Geheimraum. Wo kann der sein? Der kann hier sein? Der kann hier sein? Nein, kann er nicht. Der kann aber auch da oben sein. Ist der hier? Ja! Nicht gut. Geld... Ich hab davon schon so wenig... Ich hab davon schon so wenig. Okay. Auf der Boss. Auf der Boss. So erst direkt in den Stein laufen. Äh, achja. Wo können wir hier überhaupt durchkommen? Äh, achja. Wer kriegen wir da? Ich rat' geben wir nicht. Oh, herrn. Oh meine Hände. Schrei mich nicht an! Ich wär' ein Mädchen. Geh weg. Bitte. Zieh nochmal was an. So kann ich und will ich nicht arbeiten. Ja, ich arbeite. Ja. Das ist einer dieser neuen Monster voll eklig mit den Taschen oder so. Das sind Taschen für mich. Für die Handtaschen. Ja. Geh doch mal. Aber wir leben noch. Ja. Das wird nicht sein. Ernst. Ja. Das darfst du mir auf eh zu nennen. Hässig ey ich weiß ich. Nein. 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 Genau so. Au. Hat die ausgeayt. Ah. Äh. Die Katze macht aus einem Herz. So ich es gehört habe. Äh. Silberherz. Lieblingsbild. Ähm. Obwohl. Ne. Ich. Aua. Aua. Silberz. So. Yay. Katze kommt's. Das sind diese einen der neuen Räume. Die es gibt. Mit anderen Monstern. Ja so. Oh mein Gott. Soll ich noch mehr. Ich war mir so traurig. Ich dachte mir die Katze kommt's was. Ja. Suizid. Ne. Nicht mit mir. Soll ich gar nicht. Ich hab voll gerade auf die Augen geschaut. Gar nicht so geachtet. Soll was passiert. Ah spinn ich. Oh. Ich bin in der Musik. Voll ghetto mäßig toll. Mein Herzchen. Hab ich nicht nötig. Ich lebe voll. Ich lebe voll 100 Jahre lang. Ja. Das Spiel leckt doch gerade überhaupt nicht. Ja. Das nehme ich jetzt als Beleidigung. Ich gehe jetzt an der Mutter und dachte du hast mich beleidigt. Ich fliege das Ding. Ist das schon mal der Boss? Das finde ich auch gut. Und dann gehen wir nicht hin. Oh. Noch nicht. Gucken. Lohnt sich überhaupt immer alles hinzugehen? Eigentlich lohnt sich das ja. Gucken wir wieder in neue andere Räume. Ja. Es lohnt sich. Nein. Schieß nicht auf mich. Schieß auch nicht auf dich. Das tue ich aber. Ich weiß es kann. Yay. Buch einsetzen. Ah. Das ist eine der neuen. Ich hab's vergessen heute. Oha. Lassst du mich überlegen. Ich kann mir grad weh. Äh. Ich weiß es nicht schon. Mach ich das mal. Ja. Das stimmt. Okay. Ja. Doch mal. Ja. Ich kann mir weh gucken. Dann truhe da Träume. Nein. Nein. Isaac. Du bist blöd. Die Spitzehacke. Die Spitzehacke fällt. Die kann man da. Mit der kann man nur einen Block oder sowas kaputt machen. Ach. Ich hab voll auf Minecraft geguckt. Nein. Wollte ich nicht. So. Noch irgendein spannender Raum, der es zu erkunden gibt. Ja. Ich tue mir weh und... Und ich kann... Oh. Ich geh auch nicht mehr rein. Ich schaff mir ja die Muni. Und dann mit der Recknern kracht. Nein. Der erste Runde ist völlig schuldig. Ich bin voll so... Ja ist der... Boah. Nicht mal auf die Ruhe achten. Du musst doch... Ich geh weg. Näh. 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 吉 undefeiert. T来了 in die Hut. memoirer Heroes Mindest. Das hat die Lamotasa gem fulfill. so... war das so... Na ja. Ah wow... Na ja... Na ja. Wir brauchen Pestilent Ja, da muss ich raus Epische Kampfmusik Ja Geh weg, ich guck schon Ich guck schon mal Ah, ich guck so lieb Oh Gott Ja Ich fühl mich doch mit der Kopfschmerzen und so Jetzt kannst du eh nichts mehr Wir sind Ja, jetzt Kannst du bitte sterben Ja Direkt nach Tod haben irgendwie getan Okay, ich würd noch mal sagen Ich muss Das war's dann mit der ersten Die ersten Folge Ich will da richtig weiter aufnehmen Wir sehen uns dann Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin da